Willkommen zu der dritten feuer minecraft Nexo aber Derpy sagt hey egal und ja Derpy hat für uns heute ein kleines geschenk hat er gesagt das sind drei aber egal danke der beschaut ich habe dafür bekommst du das kannst du entschalten druck und halt gedrückt okay und heute heute macht mir was ganz spezielles okay bei uns gibt es nur spezielle sachen was ist das der derpy kannst du fahren mal ein paar blumen okay wir brauchen blumen der bis in kunden kurz und wir brauchen acht blumen glaube ich nein mehr zwölf hier sind blumen beim eingang bei uns direkt schütteln bei es so nein vier haben wir hier nur also brauchen noch ein paar aber das der Ampuss gebaut wird und ich kann das sagen dass mir oder leidt es nicht Mülltonne gebaut und keine Ahnung wer baut bitte schon und mit die Texte ich habe für dich ein Upgrade wir haben einfach blut er braucht blumen keine anderen keine lille ich komme zu dir runter mal und ich habe heute noch nicht rausgefunden wie tippt es kannst du mal gucken ob man munition braucht nur kurz zum bauen für mein regan bei mir haben heute ich habe heute was tolles vor dass doch keiner war ist und ja dafür bräuchte ich auch munition eventuell bekommt man ein paar bestimmte sachen hallo fledermaus ja gut und er habe sie gekillt nicht so toll 56 guck mal in das habe ich auch gesehen dass der ingoß mit dem hier ist doch mal war weil der bdb hast du der bw hast du blumen solche schande über dich sieben blumen haben sieben habe ich schon mal 12 8 dann ich habe acht von ja neun glaube ich ich sollte mir eine pixel bauen eventuell bauen was was ich baue glaube ich ob links eine pixel mir aus ding ok hier habe ich 8 9 10 blumen ja die brauche ok wir gehen sehr tp tp text ok ich sag wenn es erst der p wo baue ich das auf hier wenn ich so schlecht ich glaube ich baue hier mal kurz auf ach genau leute mir haben jetzt einen guten alten freund musste in unserem freundin gesetzt zu texen der liegt in der männergabe aber ich sehen du hättest ihn hin schau das sitzt ja leute ich hier ist alte jenkins m 1 blumen der abgibt sie mir bitte tropfen einfach der abgattest du mir gefallen machen kommt geh runter zum wasser und du mit wasser ein okay hol wasser und ein und sonst mehr wer m der bühne mir noch einen gefallenen guck mal wie man die adventskalender was wir da haben der text mit bauten wir sollten es im tollen rucksack mal bauen hinein wer hat erz in unserer esstruhe getan ich habe die da nicht reingehauen der bühne ja welche hungst waren das dann nö da war ich dir gibt wasser gibt wasser bitte danke ja es war scheiße gewesen ok kommt mal her kommt alle her wir machen heute was ganz tolles da da guck mal hier runter da war eine rote blumen auch wir müssen die wäruf egal ok ich glaube wir brauchen ok kommt ja und ja war ich baue kurz noch was davor und dann machen wir jetzt was tolles nein das ist glaube ich egal oder ziptex hat schon erraten was wir machen hat ja ich bin dabei ich habe ich habe ich habe ich habe es aus beim von selber alles klar haben wir machen wir die ruhige durchsinnig gelbe ich habe mir aus dem paxen wir noch gebaut schnell ich komme in dem Buch okay braun bei braun okay leute sollte ziptex erst das Projekt nennen ich habe ich habe das ho das er gibt es seitlich so und zwar der effizienz zu einnehmen der ja ich bin aus dem Wechsel schon hier wie gibt es aus dem Wechsel ist es kacke so und okay komm ich hab dir genügend essen ich kann mir mal hast du dann kuchen genommen der opi auf ich ich habe ich habe fünf roten ist der Kirschen ich glaube ich nehme was anders auch machen ja bau dir eine Rüstung ein bisschen Kasten rück von uns auch ein bisschen was nehmen für das okay ziptex gebe mal die schule die normalen die du noch hast bis die entschattete von mir bekommen ich habe den Schatten sind da gibt da das so und die Leute essen haben die Nieder die Kopze die bereits fürs Amt teuer ab noch mehr zu lassen sich erst das keine ahnung okay komm wir gehen okay müssen wir noch Kartonspiels machen nein das geht nicht der Regen Regentanz ziptex komm da alte weil geht mal kurz weg geht mal so bei ihr ziptex stelle ich weil geht mal so weg ich muss hier so ein Bild machen Achtung ähm ihr seid die Bild noch nach links hier danke perfekt das heißt dann ich folg mir auch und okay einzuteilt bei mir steht ja alle ich bin noch nicht drin bei mir kann ich gehe ich gerade rum bei mir gehe ich gerade in der Suppe rum jetzt leid bin glaube ich auch gleich da ich bin hier ich bin hier scheiße ich habe keine ich habe eine Burg aber keine Pfeile hier unten sind komische Herze aber in Twilight Forest los ist denn das what is dead Lola Berg ist geil und das ich glaube ich auch keine ahnung ich hab's abgebaut weil kann sein ist alles generiert noch oder Leute ich kann hier nichts abbauen ich kann den stein hier nicht abbauen ziptex hä hä das ist säure raus da lol der Berg hat säure ich habe kristall ich habe kristall ich habe kristall ein paar wo bist du ich habe ein eiche Örnchen ich habe ein wenig und schickt man ab bist du ziptex guck dass ihr leder findet oh aus mir um noch ich habe aus mir um gerade noch Leute in kein an mein center hätte eines kaputt geworden ja das ist ein braunes schaf ich habe 44 level ich bin aber 44 und ja wie du ich habe gedacht wird die opi minus 1 den rahmen braucht mir oder was du bist glaubt trott mir eine schwarze fehler alter äh äh die vierte folge ist das jetzt vierte vierte dritte die 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 bringen uns ich glaub das sind keine rahmen gut gut wir brauchen noch eine map oder was braucht mir denn dafür herrscht ob du nicht mehr oder habe ich das verwechst was wo bist du lass es mal ich mit 10 mit 10 die chance generieren bei mir kaum ich mache nur auf 10 chance hier ist obsidian lapis ja ich komme jetzt lag den lapis block oben alter tippt x weißt du es mir suchen sollten ne ähm zwerghülle das wäre geil weißt du rum zwerghülle da kannst du ganz viel erde finden oder nager nager ist der erste in erd nagers oder hüte ich einer von uns muss zum portal noch mal ähm ich habe nager gefunden ja tippt euch so tippt sich schon hier das sind dornbüsche oder nein keine ahnung melon geil ich bekomme keinen schaden mehr ich habe schaden bekommen dass ich dafür küche gehen hier hier ist doch eine truhe ich habe einen bogen spruce ruhe hier gelohnt sieht guck mal ein bisschen redet ein bisschen dann schon hier hier ist ein komisches ding herbst ist das was bei feiern war dieses fiel ich habe dings glühwürmchen auch zippt x6 hilfe tippt xx zu x6 tippt x kommen her du bist du komm her kommt zu mir komm zu mir klappt sich rein hinter dir hinter wir zur plexiv an ich habe auf hier komm herr komm herr komm herr dass siehst du was siehst du was siehst du was siehst du was in der ecke dort die ich greife ich sterbe warum keine ahnung alles klar ich habe nicht so gut vor kurzem ich hab's es stimmt ich habe schon einmal so eine schelle bekommen ich habe blühe wie einchen alter die glühmännchen kann man setzen ich setze zu hause dacke gut geht zum portal rüber bau in den turm das so hoch ich hab immer noch diesen scheitert wenn es kalender zyptex ich möchte boh jetzt hier ist meine kopplinen höhle hier unten ist die kopplinen höhle das heißt meistens das wo eine kopplinen höhle das so ist aber ich bin fast tot mit herf ich heil fast gar nicht mehr zyptex gastos mitnehmen ich hab so fürs das darf in dem momentar ich möchte ungern million sieht es da lassen ich könnte eine klar daraus bei ich achte zyptex hinter uns zyptex zyptex wo uns ja was soll ich machen ich hab zwei hp geht nicht ein hp kommt bitte komm schnell halbes hp halbes hp halbes herz und und warum ich hab die es gefunden ich hab einfach eisler gebauten die es gefunden erst mal ich hab die es gefunden aber warum denn wo bist du denn unten in der höhe nein du scheiße da ist das skelett noch runter gekommen zyptex tp mich zitiert tp zyptex tipptex bist du bei der mine noch unten wo ist die eine mine wo mir gerade waren bei unten war dings zyptex da ist da man nicht was auf der unten war ein da kommt mit schiller ich kümmere mich um die giftige spinner ok da das war nicht diese stellen was kann man daraus bauen man kann ein vieh von dings bauen von mario mit diese shells alles klar skelett du rächt mich du bist dort wo ich gerade war zum glück verliert man seine items nicht aus dem grund ok ist eine gute idee ihr nennt es cheaten aber ja in diesem mod pack ist es erlaubt weil es ist scheiße ja da hat die 5 aqua crystal lass ich da kommt tipptex erstmal oh hier oben muss ein spawner zu sein hier kommt durch den zombies von oben alter ich möchte sagen wenn du closed und sagen was tipptex einfach behalten lust und sachen sind so op lust und sachen sind so op lust und sachen sind so op nachdem du hier mit dem bin Frau Masse mit Macher ist die nach dem Sieg Ruhm und Lollin Siewitt stimmt die Kündigte richtig gut zum Baumbunzen wir haben auch in der Nähe zu nehmen auch so viel Wasser Harte hat sie warum sie also komischer scheiße ich hab hunger in diesem biom es ist ja in minecraft und aber soll ich schon mal hier in so einem biom denn es hat damals gesagt ich soll mich sofort rausgehen ist so gefährlich was ist der kappi wir sind nah bei diesen skeletttypen ach so so das meint ihr ich komme zu euch auch ja den kurs hier oder ein anderes kann auch sein da ich glaube hier ist der zudem oder eng so ich auch fast nichts alter ist es legt auch ein bisschen der matrix genau da müssen wir hier entlang hell ist eine ruine ist hier was in der ruine eigentlich ist glaube ich gar nichts oder einfach eine einfache scheiß ruine ich habe ein rosa-rotes schaf ich habe ich habe zuckerrohr bringt die renntiere um wenn du meinst die geben recht nicht wenig essen und leder glaube ich auch ich habe einen hügel komischen kann sein ist da der links in drin ist die hydra kann sein schon aber der ist nicht zu groß deswegen der ist so komisch meiner meinung und ist ein blauer baum den sollten wir abbauen das finde ich war es hat mir abbauen Hermes habt ihr ich habe noch ich bin auch einen komischen biom Prozent aber ich bin jetzt im normalen Jahr Prozent warum ich jetzt hier auch einfach Leute holen es noch bringt lapisblöcke brauchen wir brauchen einfach was zu entscheiden alter packen wagt einfach hin und her warte mal ja wie kann man nicht seid ihr ich gehe mal zu euch ob das das länder biome ich gehe rein das dunkle sie ist da das sind die taten gewesen das sind die taten nein ich renne rein auf einmal sind hier die taten gewesen auf einmal die warte davor bei mir nicht deswegen ja gut stimmt wir bauen müssen uns aufbauen ich habe blöcke tappi tappi ich habe ich habe gerade runtergeschmissen vom weg zipptex die regen so auff Oh, süß ist so hässlich wie ich Damit bist du gemeint, Ziptex Spaß Ähm, ich glaube, das Server lag Ich sterbe gleich wieder Alter, was zieht Lass mich, du scheiß Hacker Der B rett mich Das heißt, mich retten Diese kleinen Arschlöcher, Mann Das sind so komische Pixies, Ziptex, die ich durchgeht nur fast one-hitten Oh Ziptex, meine Santa, Kappes kaputt Durch diese kleinen Arschlöcher Mann Die morden mich Komm, lass Lass uns, lass den ein Da Was Achso Diese Viecher kill mich durch den Ziptex Das sind die Hacker Die kriegen keinen Schaden Und sie bekommen keinen Schaden Weißt du, das sind Hacker Der B, ich habe den Dings Dann schon glaube ich gefunden, oder? Weil hier so eine Laterne ist Hier ist eine Laterne, ich baue ich ab Ich bin eine Laterne Nein Achso, du bist hier Hier bist du Du bist auch hier Ja Unter uns, unter uns Ziptex Glaub ich dort unten Oder? Nein, doch nicht Oh, wir haben es wirklich Oder? Nein Ist nur wie ein verfallenes Haus Ach hier Hier, okay Wir haben es, wir haben es Alles gibt Schiss Alles gibt Schiss Alles gibt Schiss Und so weiter Wo ist der Scheiß Naga Naga, oh bist du du kleiner Tricks Ich baue mich jetzt mal kurz hoch Scheiße, ich habe Ich sehe auch Ich sehe ihn Er ist in mir gewesen Ah Alter Ich habe keine Pfeile Scheiße Mein Paxel macht mehr Schaden Das ist mein Schwert Ich bin auch fast tot Eineinhalb Herzen Er geht auf mich Ist ich ganz schön leicht Alles klar Der hat mir den Body Slam gegeben Wo ist der Naga da Ziptex Wir bauen uns daraus Rüstung Dann, okay Ja, das ist für Team Tippes Hm Der hat mir die Hilfe Du hast schon Sachen von uns bekommen Der Naga ist viel härter geworden Das kann keiner sagen, dass der leicht Nicht wieder alles Ich kriege diesmal mehr Nass Jetzt teilen wir auf Okay Dafür bekommst du mein Leder Ich habe 16 Leder Ja, aber du kehrst zu Regenkreis Also Außer Ziptex erlaubt Dreier Teams Nein, aber da will ja lol bei uns Hab Oh, was ist das hier gewesen Twilight Shader Bag What the fuck Bei Achtung geht mal weg Geht mal weg Was ist das Ich habe eine Twilight Shader Was ist das Da Ziptex Ziptex da für dich Da habe ich auch noch was Was ist das Sind hier so Naga Level Twilight Campy Was ist das Du musst Du musst Ziptex 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 Aua Das kann in der Railgun Was Devolver Plättet Hier Hä Nicht für die Rail Raegan Rail Achso Ja Twilight Shader Nagel habe ich Ich habe eine grüne Ich bitte auch die Pro Firma mal okay da ja mal das Geld ein bisschen was da kommt man guck sie dir an die baum erholt dann oben auf jetzt immer kurz auf wir setzen sie da nach oben hin in nach Bernhard ja ich gibt ja auch ich gebe dir auch um ein das war von Naga bekommen die brauchen mit Oberhirn der WP dafür dass was was gibt es denn nicht den Nagerkopf aber diese Karten aus dem maler Karten der der ich ihn schon mal gebaut die tics er hat noch besser aller und wer hat tipp der Kasse mir die Trophäe geben oder möchtest du sie behalten erstmals okay okay ein auch Bist du Ziptex? Wart kurz, ich möchte erst mal home.